so da sind wir auch schon wieder ich weiß glaube ich was das gewesen ist ich hoffe allerdings dass es jetzt langsam dass das jetzt nicht mehr entweder nicht mehr vorkommt oder dass das zumindest noch eine weile hält bis ich mir ein neues bestellt habe diese probleme eben ich weiß nicht ob man das im video gesehen hat oder nicht deswegen bin ich dann noch mal ein bisschen vorsichtig am ende vom letzten video habe ich abrupt abgebrochen weil ja diese diese komischen störgeräusche drin waren lag am mischpult mikrofonkanal da ist mir nämlich heute morgen aus versehen ein bisschen wasser reingetropft und auch wenn ich direkt getrocknet habe kann es natürlich sein dass wir das wie heißt das mischpult vielleicht was davon getragen hat deswegen einfach mal gucken wie es läuft wenn nicht muss ich halt was muss ich halt neues bestellen ist halt doof gelaufen aber so ist es halt so ansonsten ist das amuland fertig ja hier ich musste eine neue fassung für den stein fertig weitergehen ich habe die ganze nacht dran gearbeitet und es ist wie neu es war genauso wie du sagst super danke bennett ich hoffe einfach mal dass es nicht wieder passiert ansonsten muss ich halt echt eine aufnahmepause machen ja wir haben das auge hinaus ist aber immer fassung ist aber letztlich sind takt edelstein ist matt und kraftlos ich weiß nicht mehr was ich natürlich doof das muss man mal ganz kräftig dazwischen haben ja das ist ja das war doch schon vorher das war doch klar das ist ja nicht so sicher muss man gucken nee das kann so vergessen ich guck mal so lang es hält hält wenn ich es halt blöd gelaufen da ist es mich gespielt mir jetzt gerade kaputt gegangen aber nach vier jahren kann das mal kaputt gehen wir müssen jetzt so sekorpshof ich speicher jetzt einfach nicht mehr ab also nicht mehr auf dem haupt speicher stand und hoffe dass das jetzt nicht noch mal so geht ansonsten muss ich mal gucken ob ich das mischpult mal auf schrauben und trocken mache ich habe hier alles da was man dazu braucht das problem ist halt immer bei elektrischen geräten die nass werden dass diese halt ja wie heißt dass das wasser selbst keinen schaden macht aber die rückstände davon wenn es trocknet sondern ich kann nicht klar ja von daher haben wir sind also diese mineralien rückstände die zum beispiel probleme verursachen und das kann natürlich jetzt auch an dem mischpult sein das bedeutet entweder dann in der regel wenn man glück hat kann man es halt mit reinem alkohol sauber machen das machen wir auf der arbeit auch mit handys und so ins wasser gefallen sind probieren es dann natürlich erstmal und wenn das halt nicht klappen sollte dann halt neues aber wie gesagt hier so ein kleines mischpult kostet jetzt nicht die welt ist was passiert du musst mir helfen die schwarzen männer sind in mein haus eingedrungen du musst mir helfen werte herr magier die kerle sagten sie würden etwas suchen aber doch nicht in meinem haus bitte hilf mir macht von daher ja ich will jetzt den part auf jeden fall noch mal fertig aufnehmen sieht aber ganz so aus als wäre das jetzt ja dann kommen ja ja man kann es auch übertreiben das ist ja gesehen wie viele leute da sind da sind echt extrem viele ich versuche das einfach irgendwie so ein bisschen hinzukriegen ich meine ich höre das ja selbst was für ein geräusch das ergibt deswegen hoffe ich bin ich mir nicht sicher ob das bei der aufnahme auch so ist deswegen solange sich das noch einigermaßen in grenzen hält ist das okay aber wenn es wieder schlimmer wird dann lasse ich das ja komm übertreib was machst du denn da oben finde ich gut dass der eine hier so ums haus rumeiert der andere auf dem tisch einfach auf dem tisch steht ja komm übertreib so natürlich habe ich jetzt nicht genug man auch mich zu heilen kein kronstöckel essen sascha kein großstück graf er kommt es ist ja wie ich heiße weil die kronstöckel sind scheiße wertvoll gut lief ganz gut muss mal gucken ob dieser fehler jetzt häufiger kommt ob ich den selbst reparieren kann oder nicht zwei magier klopfen sich auf dem schrank okay sind nur ein paar diese truhe ist das hey goblin skelett hallen von erdorath ja das ist immer ganz lustig was exat dass da alle so mitgehen lässt da ist nichts zu holen so können wir doch auch gleich hier ich speichere mal ab gleich mal den seekoppel stehlen ist sowieso ein arschloch das trägt dreckiger bastard so jo ich habe was ich brauche dein haus ist wieder sauber dein haus ist leer ich danke dir wer der herr magier nicht mich interessiert nur eins was wollten die schwarzen männer in deinem haus ich kann es mir nicht erklären ehrenwert was tut mir leid ich habe vor einigen jahren geschworen darüber zu schweigen und ich habe auch nicht vor meinen schwur zu brechen alles was ich tun kann ist dir ein wenig gold geben und ich bitte mich zu verschonen ja doch kann man so lassen wir wissen ja was wäre das was sie da wollten na stimmt ich muss mir den dateinamen nochmal aufschreiben fängt schon wieder an ist natürlich sehr sehr doof ja gut ich hoffe nur dass das jetzt wirklich wie gesagt ich mache diese aufnahme jetzt ungefähr fertig wir sind ja jetzt schon bei zehn minuten ungefähr 8 9 wenn man es genau nimmt 8 50 und jo die frage ist was will ich denn als nächstes machen wir könnten hier zu peruca gehen das werde ich glaube ich auch machen noch ein paar exp abzugrasen und dann könnten wir also es liegt wirklich jetzt ich habe das jetzt mit diesem rauschen halt im hintergrund beim mikrofon ist halt wirklich das mischpult habe ich herausgefunden weil wenn ich den ähm mikrofon channel stumm schalte dann ich habe das dieses buch mitgebracht dann kommt dieses rauschen nicht das ist dieser channel weil in diesem großen xml eingang oder xlr da ist halt ein tropfen wasser reingekommen direkt ja das ist ein wir haben es alle für verloren gehalten und nun erfahre ich dass xardas immer gewusst hat wo es war wirst du nun zum ritual erscheinen ja ich werde zum sonnenkreis aufbrechen aber sicher nicht weil ich von xardas guten absichten überzeugt bin vielmehr werde ich diesen hund zur rede stellen wo er das buch all die jahre versteckt gehalten hat er hat eindeutig den bogen überspannt wir sehen uns am sonnenkreis ja ich habe jetzt mal kurz bei der unterhaltung das mischpult ausgeschaltet also den mikrofon channel ausgeschaltet um das noch mal zu verifizieren ja so muss mal gucken ob ich das irgendwie auf krieg ist das was nicht mein neues bestellen schade das ist eigentlich sehr sehr schade ein tropfen wasser das ist ja gut ist halt so war noch im laufenden betrieb so bevor ich jetzt allerdings jetzt anfange hier großartig weiter zu machen mit der story weil wenn wir das auge in uns haben kommen wir direkt ins vierte kapitel da möchte ich eigentlich noch nicht hin naja knapp 12.000 das wird so nix ich hoffe dass es nicht allzu laut sondern nur begrenzt laut obs ist es nicht so laut von daher geht das noch hoffe ich da ist er ja hier stehen sie nämlich auch schon rum stehen auch schon drachen snapper also wir können die echt noch aufräumen so hier sind zwei drachen snapper ich finde einen schon schlimm genug ja ist natürlich so ein hin und her der frisst natürlich auf der anderen seite ist es eigentlich gar nicht so schlecht ne also wenn wir den einmal hier an die wand gekriegt haben ich versuche es jetzt alle so ein bisschen zu überquatschen wenn wieder so ein geschiss da kommt mit dem mikrofon beende die aufnahme und dann gucke ich mir das mischpult mal an ansonsten muss ich halt mal gucken das ist wirklich zu viel oje 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 da kann man echt nix machen